entertainerin gloria gray präsentiert die spezialität des tages aus der bärwurzerei hieke in zwiesel na also was es nicht alles gibt hier in dieser bärwurzerei hieke in zwiesel sogar einen lustigen oper hamster eine klare spezialität mit 40 prozent hergestellt mit vielen feinen kräutern und wurzeln wie zum beispiel melisse entzien bärwurz und baldrian und am schluss wird er dann noch verfeinert mit einem schlehen brand ist natürlich nicht nur was für opa sondern für alle netten leute ja und in diesem sinne ihr netten leute ein brösterchen